ja hallo und herzlich willkommen meine freunde ich bin's wie immer euer gunshot und ja wir sind hier bei the division und zwar habe ich immer einen kleinen guide für euch vorbereitet beziehungsweise gehen wir den hier mal zusammen durch der erste teil soll mehr so ein einsteiger guide sein gerade weil mich natürlich die frage erreicht hat nach ein paar tipps gerade für leute die erst begonnen haben mit the division da gibt es natürlich massig ich möchte das natürlich ein bisschen auf das wichtigste naja eingrenzen möchte ich mal sagen als anfänger ja das spawnt ihr relativ frisch ihr habt noch nicht viel und ihr werdet andauernd wenn ihr bösewichte im endeffekt ja oder rikers etc erledigt werden loot droppen diesen loot gilt es als ersten tipp nicht zu verkaufen ich zeige euch das einmal ihr habt hier zum beispiel jetzt ups hier haben wir jetzt ein paar goldene ein paar grüne so jetzt habt ihr hier crap ja einfach sachen die ja ihr habt die gefunden und ihr braucht die nicht bei mir ist das jetzt natürlich stufe 30 weil ich selber schon stufe 30 bin ihr habt am anfang natürlich eine niedrigere stufe und dort gilt es diese sachen wenn sie nicht im endeffekt euer level sind oder höher und euch auch nichts nützen von den werten her die ihr ja hier sehen könnt wie zum beispiel 12 prozent verminderte bedrohung etc pp dann diese nicht wie man hier halt kann beim waffenhändler den werdet ihr auch schon entdeckt haben auf keinen fall zu verkaufen die geben euch dafür ein apple und nein das lohnt auf keinen fall zerlegt die sachen zerlegt die sachen das heißt runter gehen x drücken in dem fall und wir halten jetzt hier zum beispiel bei den mods werkzeuge wir erhalten unterschiedlich von den typen was wir zerlegen das heißt wenn wir jetzt zum beispiel waffen zerlegen halten wir waffenteile klamotten werden in stoffteile generiert genauso wie hochleistungs mods wo jetzt keine drin sind gerade die werden elektronik teilen diese teile brauchen wir später um uns gerade sachen herzustellen wie zum beispiel diese soccom oder die waffen halt genau wie waffen mods oder halt elektronik mods etc pp die sachen werden dadurch hergestellt die sachen müsst ihr später looten finden und das gestaltet sich wesentlich schwieriger als man sich das am anfang denkt also ganz wichtig immer schön zerlegen die sachen horten die werden nämlich hier einmal in euren taschen auch angezeigt wie viel ihr von was habt ihr könnt nämlich die grünen dann wenn ihr eine vielzeit davon habt zu blauen umwandeln und die blauen dann zu goldenen die goldenen werdet ihr gerade im level 30er bereich dann für eure waffen und alle zusätzlichen sachen halt benötigen vorher lohnt es auf keinen fall sich sachen herzustellen keine mods keine waffen keine kleidung nichts herstellen bis ihr nicht stufe 30 erreicht habt ihr kriegt alles was ihr braucht im endeffekt durch missionen durch die mobs selbst bzw die feinde die erledigt damit kommen wir schon zum nächsten punkt die frage vom leveln jetzt habt ihr natürlich hier die ganzen missionen zum medizinischen flügel zum tech flügel und zum sicherheits flügel diese werden euch ja hier eigentlich auf der karte angezeigt ich habe jetzt schon alles davon erledigt diese sind natürlich sehr wichtig gerade dadurch dass ihr damit halt eure fertigkeiten hier alle freischalten könnt ja genauso werden dabei auch talente und vorteile freigeschaltet beim medizinischen flügel zum beispiel ist es wichtig den gut auszubauen gerade dadurch dass ihr eine gasmaske bekommt und diese filter sicherheitsstufe die ihr in höheren leveln benötigt die braucht ihr ansonsten kippt ihr sehr schnell in diesen gegenden aus den latschen und es wäre schon schade wenn ihr die sachen halt nicht begehen könnt um zum beispiel kisten zu looten bloß weil eure filterstufe nicht aktuell ist zum leveln selbst habt ihr natürlich jetzt wie eben angesprochen schon die sachen aus dem medizinischen flügel und so weiter dann ist natürlich eine sehr gute möglichkeit um zu leveln gerade was die ep angeht in den einsätzen in den einsätzen die natürlich eurer levelstufe angepasst sein sollten und was noch ganz wichtig ist was viele halt außer acht lassen sind die nebenmissionen wir haben im endeffekt was ich muss mal runter scrollen hier ja nein falsch 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 wir haben hier dieses symbol dieses symbol sind im endeffekt die nebenmissionen die nebenmissionen sind wenn ihr euch die ep mal anguckt wirklich gut ihr seht das jetzt bei mir nicht ich habe leider gottes schon alles abgeschlossen ihr kriegt da wirklich massig ep und die boosten euch im endeffekt ganz gut hoch so dass ihr schnell auf euer wunschlevel beziehungsweise irgendwann auch level 30 kommt wie schon gesagt hatte auf nichts besonderen wert legen wo wir jetzt gerade wieder beim leveln sind ist das einzige wo ihr in eurem naja sagen wir mal niedrigen level darauf achten solltet das habe ich jetzt hier nicht ihr habt hier zum beispiel die möglichkeit anstatt dass hier zum beispiel suchermirn explosionsradio steht oder kapazität munition ich weiß es nicht genau was ersetzt die möglichkeit dort extra tötungs ep zu bekommen das heißt auf jedem kleidungsstück kann extra tötungs ep sein sollte etwas droppen mit extra tötungs ep was ungefähr eurem level auch entspricht legt das an ihr kriegt durch jede tötung halt von den npcs teilweise von den von den gewissen kleidungsstücken bis zu 20 30 prozent tötungs ep was natürlich das leveln wesentlich einfacher macht da ihr alleine für jeden mob den ihr so oder so killen müsst noch zusätzlich erfahrungspunkte bekommt also ein ganz großer tipp achtet darauf dass extra tötungs ep drauf ist damit ihr so schnell wie möglich level 30 auch werdet und am endgame teilnehmen könnt wir haben jetzt hier zum beispiel die fertigung station und in dieser fertigung station seht ihr schon ihr könnt hier eure sachen herstellen beziehungsweise die sachen die ihr gekauft habt als blau pause hier haben wir zum beispiel die mk 17 polizei version sie benötigt sechs goldene waffenteile und vier goldene werkzeugteile da natürlich nicht jedes erste erstellte beziehungsweise jede erstellte waffe die gewünschten werte drauf hat die ihr haben wollt ihr seht selbst hier talente wie brutal etc pp da gehe ich natürlich im späteren videos noch mal zu ein da werdet ihr mehrere versuche brauchen ich brauche meistens so zwischen sechs und acht bis wirklich mal so ein bild zusammenkommt was wirklich passt wo wirklich die werte drauf sind die ich haben möchte und die ich brauche könnt ihr euch das alleine ja schon zusammenrechnen wie viel goldteile wir alleine brauchen und diese droppen halt also wenn ihr euch das mal vorstellen wollt eine goldwaffe entspricht einem waffenteil wenn ihr es zerlegt das heißt ihr müsst wirklich sammeln ihr habt natürlich auch noch die möglichkeit außerhalb zu sammeln ihr seht hier diese punkte hier zum beispiel werkzeug elektronik teile stoff etc pp waffenteile dort sind kisten mit den dort beinhalteten oder angezeigten materialien die er looten könnt ich mache da auch öfter mal meine loot runde und gehe einmal die komplette karte ab einmal die stunde füllen sich diese wieder auf ihr braucht für eine loot runde wenn ihr im endgame seid irgendwann ungefähr eine halbe stunde und habt dann alles zurecht gelootet ist leider an gottes ein bisschen glückssache ihr kriegt meist grün und blau raus gold eher selten aber trotzdem lohnt es sich immer diese loot runde auf jeden fall zu machen gerade wenn man nur diese teile braucht das heißt für die anfänger jetzt natürlich ihr braucht jetzt noch nicht speziell loot runden zu machen gerade weil die bereiche für euch noch relativ unerforscht sind und auch vom level bereich noch etwas härtere gegner beinhalten die ihr vielleicht noch nicht so einfach wuppen werdet solltet ihr allerdings auf dem weg zu einer mission oder zu einem safe house einfach an so einem punkt vorbeikommen geht einfach ran nehmt das mit ihr werdet mit level 30 sehr froh sein dass ihr das getan habt gerade weil dann wirklich jedes teil irgendwann zählt und ihr froh seid wenn ihr genug davon habt um euch dann die gewünschten sachen und mods herzustellen die ihr euch halt wünscht da ihr euch im endeffekt so viel herstellen könnt bei the division wird so massig von diesen teilen gebraucht dass ich wirklich euch diesen tipp so was von ans herz lege ich merke das immer mehr ich habe am anfang alles verkauft bis level 30 ich hör nie ich sag es euch ich habe es am ende so bereut ich brauche die ganzen teil ich habe alles verkauft mit der kohle konnte ich am ende nichts anfangen ich habe die kohle ausgegeben um mir diese sachen wieder zu kaufen beziehungsweise hier im shop selber sachen zu kaufen um diese dann wieder zu zerlegen einfach um schneller an waffenteile etc pp zu kommen wenn ihr jetzt natürlich mit freunden spaß haben wollt die einsätze die bieten sich perfekt an natürlich um mit mehreren diese einsätze zu bestreiten nicht nur bietet sich an bei manchen ist es auch wirklich erforderlich ansonsten natürlich jede mission könnt ihr alle in der gruppe machen geht alles wesentlich schneller denn natürlich und was natürlich kein geheimtipp sein soll aber wo ihr definitiv guten loot abgreifen könnt beziehungsweise auch sehr oft was droppt ist gerade in der darkzone wo ihr die darkzone betretet das wird hauptsächlich im unteren bereich sein denke ich mal am anfang weil natürlich die darkzone stufen 1 2 etc pp die werden immer höher wesentlich schwerer sind das in eine desto höhere stufe ihr kommt hier gibt es im endeffekt ein paar kleine tipps und zwar haben wir hier die wahrzeichen die wahrzeichen sind im endeffekt punkte wo ein regelmäßiges aufkommen mit gegnern ist das heißt auch mit bossen diese bosse droppen meistens echt guten loot und dort gibt es sofern ihr dann auch darkzone schlüssel habt darkzone kisten die noch mal besseren loot für euch beinhalten natürlich müsst ihr diesen loot im endeffekt im abholbereich abholen natürlich müsst ihr diesen loot im abholbereich ausfliegen lassen um ihn für euch zu saven aber wirklich die drop chance ist dort hoch und es droppt dort wirklich gerade im niedrigen level bereich echt gutes zeug so dass ihr dort auch wirklich schnell an eure gewünschten equipteile kommt gerade wenn ihr auch natürlich fun haben wollt und einfach mal auch gegen andere spieler kämpfen möchtet wichtig ist hier bei den wahrzeichen ihr seht einmal die wahrzeichen die grau hinterlegt sind und die die im endeffekt lila hinterlegt sind die die grau hinterlegt sind sollen eigentlich mehr anzeigen dass dieser bereich geräumt wurde bereits dass dort also eigentlich nichts mehr zu holen ist die wahrzeichen mit lila dort sind anscheinend noch gegner dort wurde noch nichts gecleared und ihr habt dort die chance auf gegner und gegebenenfalls auch einen boss zu stoßen ganz wichtig ist auch überall liegen division tech äh kisten rum das sind längliche kisten die so ein bisschen wie so ein sniper koffer aussehen diese findet ihr hier gerade auch an diesen markierten punkten mit division tech genauso wie hier oben dort auf jeden fall mal nachgucken ob die kisten dort sind diese division techs sind nämlich auch sehr wichtig gerade weil ihr die zum herstellen von materialien aus der dark zone braucht in der dark zone gibt es nämlich blaupausen also herstellungskarten ähm die höherwertigeres material herstellen dafür aber auch bessere materialien beziehungsweise diese division tech brauchen das sehen wir jetzt zum beispiel hier wir haben jetzt hier eine äh schusswaffen ausstattungs mod der stufe energie stufe 31 erforderliche stufe 30 ist mein level so energie stufe 31 das habe ich jetzt hier in der hauptbasis gekauft in der dark zone wiederum ihr seht jetzt selbst hier oben okay pass auf 117 bis 143 ist so der wert den ich erreichen kann beim herstellen ne das wird dann ja ausgewürfelt und hier haben wir jetzt die aus der dark zone energie stufe 32 131 bis 161 also seht ihr da schon einen höheren wert allerdings haben wir jetzt hier nicht wie bei dem anderen nur elektronik und stoff sondern auch noch division tech ja also ihr braucht division tech zusätzlich um dieses material herzustellen deswegen ganz wichtig auch schon frühzeitig mit einsammeln gerade weil halt gold immer kommen kann egal in welchem level bereich ihr seid eine coole nebeneigenschaft von division tech ist eins noch da euch natürlich das grüne division tech und das blaue division tech nicht allzu viel bringen habt ihr aber die möglichkeit zum beispiel wenn ihr das hier seht ihr habt jetzt grünes division tech ohne ende lasst es 120 stück sein ihr könnt jetzt aus diesem division tech beliebig stoff elektronik werkzeug oder waffenteile teile in blau herstellen natürlich in 5 zu 1 das heißt ihr braucht 5 grüne um ein blaues herzustellen so wie ich hier könnte ich jetzt herstellen und dann würde ich ein blaues daraus erhalten aus diesem blauen wiederum könnt ihr dann goldene sachen herstellen also doppelter nutzen da gebe ich auch noch als kleinen tipp bewahrt euch die dinger wirklich auf also ihr sammelt die zwar ein aber noch nicht gleich verschleudern für den erstbesten kram den ihr machen wollt oder wenn ihr dann irgendwann beim goldenen bereich seid ihr müsst was goldenes herstellen und braucht diese division tech wandelt nicht weil ihr jetzt keine ahnung zwölf goldene werkzeuge braucht alles um was ihr an werkzeug habt alles grüne alles blaue versucht es abzuzählen am ende habt ihr das werkzeug hergestellt und dann fehlt euch auf einmal weil die drei versuche fehlgeschlagen sind ihr habt noch werkzeug übrig fehlt euch jetzt auf einmal elektronik lasst es ist mir alles schon passiert der scheiß deswegen einfach auch da ein bisschen aufbewahren ja meine freunde und für diesen teil soll es das eigentlich erstmal gewesen sein ihr merkt selbst so ein richtiger guide direkt ist es ja vielleicht nicht ich will euch einfach bloß ein paar tipps für den anfang geben um ein bisschen besser in the division klar zu kommen natürlich sind das alles basics die viele von euch alle schon wissen und jetzt vielleicht zufällig eingeschaltet haben deswegen seid mir nicht böse ist alles nur für die anfänger die natürlich jetzt noch nicht so weit sind wie wir und damit die möglichst auch auf unser wissenslevel kommen um hier erfolgreich in the division zu bestehen wünsche euch sehr viel spaß beim zocken von the division wenn weitere fragen auftauchen sollten einfach ab in die kommentare ja was im nächsten teil kommt meine freunde das könnt ihr sogar selber bestimmen ich denke mir natürlich ein bisschen was aus womit ich als nächstes weitermachen könnte aber ansonsten seid ihr gefragt haut die fragen in die kommentare wozu ich denn am besten ein bisschen aufklären soll beziehungsweise ein bisschen was erzählen soll was ihr wissen möchtet wenn es um dps um gear rank um keine ahnung die gear sets geht wo ihr nochmal beratung braucht sagt einfach bescheid und ich mach da dann dementsprechend auch eine kleine zusammenstellung für euch fertig wenn euch das video gefallen hat liebe freunde lasst mir doch einfach einen daumen nach oben da konstruktive kritik natürlich wie immer in die kommentare und ja für heute bin ich damit raus und wünsche euch wie immer was eurer Gunshot are you listening damn uh yeah uh yeah uh yeah uh yeah 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 yeah